Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Video auf diesem Kanal New VR Tech. Ja, wir haben den Kanal gegründet, Luca und ich, Marco, weil wir gehypt waren von der und immer noch sind von der Happy Rub G2 und wir wollten als einer der ersten Vorbesteller hier in Deutschland die Brille eben als erstes zeigen und einfach, weil wir Spaß daran haben, uns mit der Brille beschäftigen und euch unsere Eindrücke teilen. Heute ist das Thema Happy Rub G2 natürlich, wird man ja eigentlich schon denken können und warum sie einfach in Europa noch nicht gelauncht ist. Richtig, kein Europa-Launch bis jetzt. Das ist unser großes Problem. Wir haben jetzt bei der Aufzeichnung des Videos den 18.11. Ich habe sie am 05.07. vorbestellt und warte leider genauso wie alle anderen in Europa, egal wann ich bestellt hätte, auf die G2. Sie, so wie Bestware nämlich gestern bei Reddit geschrieben hat, ist die G2 noch nicht mal losgeschickt worden aus Asien, wo sie produziert wird. Und das heißt, der November ist schon mal komplett raus und ich persönlich rechne, wenn überhaupt, wenn es jetzt mal bald losgeht, mit Mitte Dezember frühestens damit. Ich hoffe noch in diesem Jahr. Also da ging einiges schief. Und in dem Video hier wollen wir einfach so ein bisschen darüber sprechen, was schiefgelaufen ist. Das soll kein Rant sein, das soll kein Hate-Video sein, also auch über keinen, den wir hier irgendwie zitieren. Das soll einfach so ein bisschen zusammenfassen, was denn schiefgelaufen ist bei dem Start. Ich kann mich noch erinnern, im April war das, glaube ich, da wurde die G2 auf MRTV bei Sebastian Ang gelauncht, was auch ziemlich krass ist, dass die sich einen deutschen YouTuber aussuchen. Und da waren wir alle total perplex irgendwie. Plötzlich bringt HP eine Brille, no compromises hieß es ja. Mit HP hat jetzt erstmal keiner gerechnet, dass sie plötzlich so eine tolle Brille rausbringen. Ja, und die Vorbestellungen fingen dann Ende Mai in den USA an und auch in anderen Ländern und in Deutschland bzw. Europa dann offiziell am 6. Juli, inoffiziell schon ab 4. Juli abends möglich. Ja, und bis heute sitzen wir hier und haben keine G2. Das ist nur eine Illusion, mehr oder weniger. Die Brille gibt es, die haben schon einige und das können wir uns ja direkt auch mal angucken. Hier hat nämlich der Reddit-User Daniel aus Tschechien so eine Fansite gemacht, HP Reverb G2 Fansite, wo quasi alle Infos aus ganz Reddit zusammengefasst sind. Richtig cool, dass er das gemacht hat. Und hier können wir sehen, wo die Brille schon überall angekommen ist. Ja, wir sehen, Europa fehlt, ein ganzer Kontinent. In Asien, Australien, Kanada und in den USA ist sie angekommen. Ich rechne jetzt auch nicht damit. Also logischerweise hat nicht jeder hier die Statistik ausgefüllt, der die auch bekommen hat. Nicht jeder ist auf Reddit. Aber ich glaube schon, dass hier jetzt kein Kontinent fehlt. Da würde eher hier die Spalt-Report-Count mit mehr Zahlen eigentlich gefüllt sein. Und sind wir mal ganz ehrlich, die meisten Leute, die vorbestellt haben, sind nun mal auch auf Reddit unterwegs und werden sich wahrscheinlich auch in dieser Liste eintragen. Ja, viele sind wirklich auf Reddit unterwegs. Ich meine, ich kann ehrlich gesagt nicht unterscheiden, ob der User gestern auch schon mal geschrieben hat oder was. Da bin ich ehrlich. Aber trotzdem, da geht einiges auf Reddit. Da sind einige Leute. Ja. Ja, und ich meine, für Australien freut es mich. Die waren nämlich lange, waren der Kontinent, das Land, die gar nicht vorbestellen konnten. Das war auch unfassbar. Und dann mit einem, erst mit einem relativ guten Preis, dann auf einmal einen viel zu hohen Preis, australische Dollar. Und ja, letztlich haben die eigentlich, also die haben als erstes, wir können uns das ja hier mal angucken. News Report Date. Was ist da das erste Datum? Wir haben hier USA, vierte Elfte. Okay, geht eigentlich jetzt hier raus nicht hervor, dass die als erstes waren. Also so wie er letztendlich irgendwie angekündigt hat, Anfang November und so ist es dann tatsächlich auch teilweise, oder sagen wir eher selten, vorgekommen. Aber so halten Europa nicht. Richtig, also alles okay aus Australien und auch die anderen Länder, da ist ja alles so gelaufen, wie es laufen sollte. Nur da fehlte jemand, ne? Genau. Genau, ja. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen unterhalten. Also eigentlich wollten wir jetzt schon seit Anfang November hier Content bringen. Wir wollten Livestreams machen, fragt mich alles, fragt uns alles über die Brille. Wir wollten Erfahrungsberichte zeigen. Wir wollten die auch einfach haben. Wir waren hyped. Richtig. Seit April. Wie alle anderen. Wie alle anderen. Wir wollten die einfach nutzen. Ja, unsere bisherigen Erfahrungen mit VR-Brillen haben eigentlich, also bei mir schon vor zwei Jahren mal begonnen mit der PSVR, die ich mir mal gekauft habe. Die habe ich allerdings wieder schnell abgestoßen. Ich war da irgendwie nicht so überzeugt von. Jetzt sagt jeder, ja, ist ja klar. Ich muss aber sagen, ich habe mittlerweile wieder eine PSVR und jetzt finde ich sie gar nicht mehr so schlecht. Ich wusste nur damals nicht so richtig, was ich damit machen soll. Das hat mir keiner so richtig was gezeigt. Ich hatte scheinbar auch keine Motivation, mich zu informieren. Und das ist ja sowieso das Problem bei VR, dass es nicht massenmarktauglich wird, weil es ja nicht so einsteigerfreundlich ist, ne? Genau. Genau. Und dann hat eigentlich Half-Life-LX uns beide dieses Jahr, so wie viele andere wahrscheinlich auf der Welt, in den VR-Rausch gezogen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich die Cosmos, HTC Vive Cosmos bekommen habe. Uh, jetzt schreien alle. Ja, das war leider, wie jeder weiß ja, durch die aktuelle Corona-Pandemie, was VR jetzt jetzt anging, gerade zum Half-Life-LX-Start, nicht leicht, an eine Brille zu kommen. Finde. Und da, weil ich eh keine Erfahrung hatte und trotzdem wusste, da gibt es ein Problem mit der Brille, habe ich trotzdem gesagt, komm, ich probiere die jetzt einfach mal aus. Das Bild soll ja gut sein, nur das Tracking nicht so. Und so war es auch. Also ich war, ich habe Half-Life-LX damit durchgezockt. Und zwar 30 Stunden. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit in dem Spiel verbraucht. Ich habe mir echt alles angeguckt da drin, alle Polymere gesucht und so weiter. Ähm, und die Grafik war einfach krass. Der Sweet-Spot war leider nicht so gut bei der Brille. Ähm, dafür aber eben einfach so das Visuelle. Das war toll. Also, da hat HTC Erfahrung. Brille ist trotzdem gescheitert und würde ich auch keinen empfehlen. Ne, auch nicht für 500 Euro. Also vielleicht für 350 Euro oder so. Aber nicht für 500. Naja. So, mit welcher Brille hast du denn begonnen, Luca? Also, ich habe mit der Rift S angefangen, tatsächlich. Also, eine sehr gute Brille, würde ich mal so behaupten. Auch vom Tracking her, viel besser als die Cosmos. Vor allem für den Preis auch, ne? Genau, für den Preis, genau. Sweet-Spot war auch gut. Ja. Und, äh, die Auflösung oder generell das Visuelle war jetzt nicht so gut wie bei der Cosmos, wenn man denn den Sweet-Spot bei der Cosmos gekriegt hat. Genau. Aber war trotzdem eine... Ich habe ja davor noch nie eine VR-Brille aufgehabt. Ich habe auch direkt Half-Life Alyx damit gespielt. Und das war natürlich beeindruckend. Das war was ganz anderes. Und ich spiele schon sehr viele Jahre irgendwelche Computerspiele. Und, ja, danach habe ich auch die Cosmos aufgehabt. Dann hast du dir ja die Quest gekauft. Ja, genau. Ich habe dir mal die Cosmos dann ausgeliehen, weil ich mir die Quest gekauft habe. Die hatte ich dann quasi erstmal über. Ähm, zum Rift S vielleicht noch. Wirklich mega tolle Brille. Schade, dass sie die eingestellt haben. Ja, auf jeden Fall. Sound war leider nicht so schön. Allerdings, für den Preis kann man immer noch nicht meckern. Und sie hatte ja einen Kopfhöreranschluss. Also alles kein Thema. Ja, dann hatte ich die Quest. Sound genauso scheiße. Muss ich wirklich so direkt sagen. Ja, ist ja das gleiche System gewesen. Genau. Also, jeder, der sagt, der Quest-Sound oder der Rift S-Sound reicht, weiß ich nicht. Ich kann damit was hören. Das ist schon mal cool, dass überhaupt was eingebaut ist, dass ich mir nicht erst was ins Ohr setzen muss. Aber, der ist nicht gut. Da braucht man auch jetzt nicht sagen, ja, mir reicht der aber. Also klar kann das jemand sagen. Natürlich, ja. Ich meine, letztendlich, ich habe ja auch mit dem Sound gespielt. Aber mir war schon bewusst, dass der nicht toll ist, der Sound. Aber du bist ja direkt von der Cosmos gekommen, die ja einen guten Sound hat. Das war, glaube ich, das Problem. Und das war nämlich das Problem. Genau. So empfindlichbar. Und da hat auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es MRTV war. Irgendwann hat mal gesagt, und da hat er vollkommen recht mit, damit ich die Immersion erleben kann, da brauche ich ja, da müssen meine Sinne ja angesprochen werden in VR. Und das ist ja vor allem durch die Brille eben das Visuelle, der Sehsinn. Und dann ist es ganz wichtig, ja auch der Hörsinn. Also, was ich höre, Audio, 3D-Sound, weit weg, Bass, richtig tolle Atmosphäre halt. Und da ist das nicht zu unterschätzen. Also, klar, der reicht, der Sound der Rift S oder Quest. Aber wenn man dann erst mal guten Sound hat, dann geht man, glaube ich, nicht mehr zurück, weil das eine ganz andere Immersion ist. Ich habe ja die Rift S dann auch mit Kopfhörern teilweise gespielt. Weil es einfach besser war. Genau. Und, ja, richtig, so wie du gerade gesagt hast, habe ich mir dann die Quest gekauft, weil das sollte so, ja, nicht die eierlegende Wollmilchsau sein, aber für 450 Euro damals ein Standalone-Gerät, was durch Oculus Link auch ein PC VR-Z werden konnte und gleichzeitig aber auch Wireless-PC VR mit Virtual Desktop konnte und mir alle immer bei YouTube oder alle bei YouTube gesagt haben, das ist so toll und da spürt man keine Latenz und das Bild ist genauso wie bei Link. Habe ich mir die gekauft und ich muss auch ehrlich sagen, die Brille ist echt geil gewesen. Also, der Screen-Effekt war Mist, muss ich echt sagen. Der war aber bei der Cosmos jetzt auch nicht so gut, aber besser, weil da ja, ähm, die Cosmos hat ja eine RGB, äh, eine fulle RGB-Matrix hinterm Panel und die Quest eine Pentile-Matrix. Und, äh, das hat man schon gesehen. Dafür hatte sie aber ein OLED-Display oder ein OLED-Panel hatte die Quest. Ich muss aber sagen, die Farben waren auf der Cosmos trotzdem besser. So wie es jetzt wahrscheinlich auch bei der G2 ist, sagt auch MRTV. Ja, hat man ja, genau. Genau. Ja, dann... Hat man jetzt schon oft gehört, dass die Farben echt gut sein sollen bei der G2. Richtig. Genau. Hat man gehört, ja. Gesehen hat man es in Europa noch nicht. Obwohl es stimmt nicht ganz. MRTV hat es ja schon gesehen. Ja. Angeblich. Alles aus den USA geschickt. Nichts, nichts selbst gekauft, ne? Genau. Ja. Und, ähm, ja, Virtual Desktop auch super. Qualität gleich oder genauso oder sogar besser als Link. Bei Link selber fand ich damals nicht so gut. Also, man hat die Kompression gesehen, gerade in der Ferne bei dunklen oder sehr hellen Szenen oder wenn es neblig war, ähm, war nicht gut. Ja, und dann ging's weiter zu Quest 2 jetzt. Die hab ich mir jetzt gekauft, wegen dieses, diesem ganzen Debakel mit, äh, der G2, weil sie nicht kommt. Da dachte ich, komm, jetzt probierst du sie wenigstens mal aus. Können ja alle sagen, die ist scheiße oder die ist nicht gut oder die ist doch gut. Und für 350 Euro ist das, ja, wie so ein No-Brainer irgendwie, ne? Ja, und die Brille ist einfach krass. Also, die Standalone, also Standalone ist ja sogar auch die Quest 1. Das ist einfach toll, an nichts angebunden zu sein. Klar ist die Grafik da nicht so gut, aber bei vielen Spielen brauchst du's auch gar nicht. Ähm, Link jetzt mit dem V23, 23 Update. Mega gut, kommt fast an die Rift S dran, dadurch, dass du ja auch ne höhere Pixel-Anzahl hast. Ein bisschen Kompression seh ich noch, also es wird nicht so gut wie ne PC-VL-Brille sein. Ähm, aber es hat ja eigentlich auch noch keine, außer als die Pimax, keine PC-VL-Brille, die hohe Auflösung. Und von daher ist das schon gerade, boah, für 350 Euro, was ich ja alles bekomme, Virtual Desktop ist jetzt so ein bisschen hinten dran, finde ich, von der Qualität. Dafür aber Wireless, das ist immer noch ein Bonus, ganz ehrlich. Dass ich Wireless, Alex oder sonst was spielen kann, das ist einfach mega. Ich frage mich auch, warum, äh, Oculus da noch nicht selber jetzt gesagt hat, die machen das. Ja, und letztlich warten wir eigentlich alle auf die G2. Genau. Quest 2 ist nämlich eigentlich ne Notlösung gewesen, will ich jetzt mal so behaupten, hast du ja gerade schon gesagt. Du hast ja auch eine bestellt jetzt. Genau, die kommt morgen an, 19.11., da können wir auch ordentlich Gameplay-Content wieder bringen, da habe ich richtig Bock drauf. Genau. Aber letztendlich warten wir einfach auf die G2. So ist es. Ja, und da soll es jetzt heute so ein bisschen in den Video gehen, das war so ein bisschen jetzt über uns und unsere VR-Erfahrung. Ähm, ja, und dann gucken wir uns einfach mal an, wie das so begonnen hat, dieser ganze, dieses ganze Shipping-Desaster, nämlich mit diesem Beitrag eigentlich. HP hat geschrieben, die Brillen sind produziert, also natürlich nicht für jeden, das ist schon klar, wir beginnen jetzt mit der Auslieferung. Und, ähm, ja, alle waren mega happy, endlich geht's los. Ich gucke mal eben, wann das war. Das war vor 21 Tagen, ja, also Ende Oktober. Ich weiß auch noch, als der Post kam, haben wir direkt miteinander geschrieben, ne? Genau, das wollte ich auch gerade sagen, direkt geschrieben, endlich geht's los. Ja, aber irgendwie doch nicht. Irgendwie doch nicht. Ja, ist ja schon ein Spoiler, den du jetzt sagst. Ja, das stimmt. Spoiler. Spoiler, genau. Ja, äh, wir vermuten mittlerweile, dass, dass heute immer noch die einzigen Kartons sind, die HP produziert hat, HP produziert hat. Ähm, klar, wir sind jetzt hier schon bei, weiß ich nicht, 130 oder so. Aber, ähm, ich glaube noch nicht, dass 1000 Headsets oder auch 500 ausgeliefert wurden. Wenn ich ehrlich bin. Glaube ich auch nicht. Wir kennen die Vorbestellerzahlen nicht, aber, ja, ich glaube, da sind noch viele Vorbestellungen nachzuholen. Ja, und jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, warum ist das eigentlich so? Ja, genau. Und wir sind ja alle heiß drauf gewesen zu lesen, was die Ersten, die, die wir gerade sehen im Hintergrund, äh, die, die die Berührung als erstes bekommen haben, was die darüber sagen. Ja, und da haben echt einige auch ausführlich einen Beitrag geschrieben, das fand ich auch echt cool. Ähm, da kam aber eh immer raus, dass es Probleme gibt. Und, äh, damit meine ich jetzt nicht, dass jemand nicht zufrieden war mit der Brille. Klar, das kommt auch vor. Sondern da gab es technische Probleme. Und das ist vielleicht letztlich dann gar nicht so unwichtig bei dem Grund, wenn wir darüber reden, warum die G2 noch nicht in Europa gelauncht ist. Ja, und da haben wir jetzt hier so einige Punkte mal aufgeführt und wollen wir einfach mal ganz ohne Skript darüber reden. Genau. Und zwar hier der erste Punkt. Wir fangen direkt mal mit einem, ich würde schon sagen, eher peinlichen Punkt an. Und zwar kann man die G2 nicht per USB an den Mainboards mit Chipsatz X570 anschließen. Ja. Und das ist natürlich schon, ich würde echt peinlich sagen. Richtig, ist es auch. Weil wir reden hier echt nicht über so einen Bauernchipsatz. Das ist der High-Endchipsatz von AMD mit dem AM4-Sockel. Und gerade Enthusiasten haben, äh, die Ryzen 3000er-Serie auf diesem Chipsatz. Und gerade jetzt die neu gelaunchte 5000er-Serie, Ryzen 3, ähm, hat ja dann das gleiche Problem. Und, ähm, das wird nicht wenige Leute betreffen. Also, ja, nur die Frage ist, wie konnte das passieren? Also, ich erwarte ja eigentlich, mein, so, erstmal kleiner Disclaimer vorab, vorab. Klar, man kann immer sagen, eigentlich erwarte ich, dass das funktioniert. Und warum ist das so? Das stimmt. Letztlich geht es aber darum, dass das jetzt schon die dritte VR-Brille ist, die HP gelauncht hat. Dann ist es so, dass HP ein Weltkonzern ist. Und das ist auch egal, ob VR nur eine kleine Sparte ist. HP steht davor. Und da habe ich eine Erwartung. Und weiß, das ist ein Riesenunternehmen. Dann zahle ich bis zu 700 Euro hier in Europa für diese Brille, stelle sie vor, finanziere sie vor. Genau, das kommt ja auch dazu, dass man ja schon das Geld im Juli, wenn man sie denn im Juli vorbestellt hat, das Geld ist ja weg. Genau. Nicht bei allen Händlern, glaube ich, aber bei allen. Zumindest bei Bestware ist es so hier in Deutschland. Genau, ist ja auch der offizielle Partner. Genau. Und da ist das Geld, wenn man es im Juli vorbestellt hat, weg. Genau. Also man hat es nicht mehr. Ist mir auch egal, dass Bestware das hat und nicht HP. Ja. Ich habe es nicht und ich will eine Brille sozusagen. So, aber genau, um nochmal auf das Problem zu sprechen zu kommen oder wieder auf das Problem zu sprechen zu kommen. Ich erwarte, wenn ich so einen Launch mache seit April, dass doch wenigstens jedes aktuelle Mainboard bzw. jeder Chipsatz dort mal ausprobiert wird. Denn auch bei der Rift S hast du die Erfahrung gemacht, du hattest, was war das für eine CPU? 4000er Serie, ne? Eine 2000er Serie. Ach, 2000 sogar, natürlich. Sehr alt. Die 2600K. Würden jetzt viele sagen, ist ja auch alt, keine Frage. Aber wenn die Anforderung ist, USB 3.0 Port, ich habe meinen USB 3.0 Port und es geht nicht, dann frage ich mich, hey, wieso? Kann das sein, ja. Genau. Ähm, es wird immer komplexer alles, die ganzen Abhängigkeiten steigen, das ist uns bewusst. Nur, jetzt sprechen wir ja hier nicht von einem 2700K, von einer 2700K CPU von Intel auf, was war das für ein Chipsatz überhaupt, weißt du das? Boah, das weiß ich gar nicht. Ja, sondern hier reden wir von einem Top-Notch-Chipsatz von AMD gerade und AMD ist gerade der heiße Shit. Ja, gerade neu CPU gelauncht. Genau. Und da funktioniert nicht. Und erwarte ich, dass Z92, Z370, Z390, Z94, X570, B450 und so weiter, alle Chipsätze da vorhanden sind und die das testen. Das kann nicht sein, dass man das nicht macht, also ehrlich nicht. Also wenn man das mal aus Konzernebene sieht, kann das nicht sein. Sondern, weil das passiert, wenn man sagt, ich mach's einfach nicht. Das wird schon, das funktioniert, ist ja alles das Gleiche. Aber das kann ich nicht bringen, wenn ich nicht so ein, ja gut. Ich meine, das Ergebnis sehen wir jetzt, ne. Kann man machen und sieht dann so aus, ja. Und auch vermehrt das Problem. Es ist kein einzelnes Problem, was vielleicht irgendjemand hat. Es ist vermehrt vorgekommen. Also ich hab jetzt noch keinen Post gelesen, natürlich. Die Leute schreiben ja nicht. Ich hab ein X575, bei mir läuft's. Aber ich hab jetzt keinen Post gelesen, die gesagt haben, es funktioniert. Wobei doch, ich glaube schon, jetzt fällt mir grad, ich bin mir grad nicht sicher. Fakt ist aber, so wie du sagst, die Mehrheit betrifft es. Ja, okay, immerhin hat AP hier schon mal, da sehen wir, das ist etwas, was bei den anderen Punkten gleich nicht passiert. Nämlich, hier hat AP gesagt, ey, hallo, danke, dass ihr es gesagt habt. Wir untersuchen das gerade. Okay, immerhin. Ja. USB, der Universal Serial Bus, ist also noch ein weiteres Thema, denn kommen wir zum zweiten Problem mit USB. Nämlich, dass jemand hier ein B450, also auch ein AMD AM4 Sockel Mainboard hat und das einfach, äh, hier steht, ja, der eine USB-C-Port geht nicht, der andere geht doch und dann muss ich den Adapter verwenden und eigentlich doch am USB-A-Port stecken, obwohl ich, äh, ja, extra sogar Mainboarden mit USB-C hab. Gut, jetzt könnte man sagen, ist egal. Ja, es hat immerhin funktioniert, stimme ich auch zu, aber ich zum Beispiel hab bei meinem Z93-Board zwei Thunderbolt 3 USB-C-Ports und vorne ein USB 3.2 Gen 2 USB-C-Port. Ich erwarte jetzt, dass das natürlich sowohl hinten als auch vorne funktioniert. Natürlich. In Wirklichkeit erwarte ich aber jetzt, dass das nicht so sein wird, sondern höchstens wahrscheinlich vorne und nicht am Thunderbolt-Port aus irgendwelchen Gründen funktioniert und nicht dann doch den, weil ich es ja nicht vorne eingesteckt haben möchte, ähm, dass ich dann doch den Adapter nutzen muss. Und das ist Mist. Das ist einfach Mist. Wofür haben wir denn USB-C? Gut, richtig ist, wenn man alles gleich macht und trotzdem die Spezifikation dahinter immer anders, dann macht es das nicht leichter, ne? Früher wusste jeder, USB 2 war ein schwarzer Stecker, es war übergleich, dann kam USB 3.0, damals noch genannt, heute 3.2 Gen 1, blauer Stecker, schnelles USB mit einem SS stand da noch dran für Superspeed, alles easy. Seit USB, seit der 10 Gigabit USB-Variante ist es schon nicht transparent, manche Ports sind rot, manchmal aber auch nicht. Ja, bei mir zum Beispiel am Mainboard ist der Port rot. Genau. Und dann glauben aber Leute, wenn sie USB-C haben, haben sie das schnellste USB überhaupt. Ne, es kann Thunderbolt hinterstecken, es kann USB 2.0 hinterstecken, das ist nur der Formfaktor USB-C. Ähm, wie gesagt, es kann alles hinterstecken. Und, klar, wir wissen jetzt hier nicht so richtig, was sind das für Ports, hier schreiben ja die Leute auch USB 3.1, USB 3.0. Letztlich die falsche Beschreibung, aber gut, die Foundation, die das da, die den Namen immer macht, das ist auch total Mist, da kann auch gar keiner durchsteigen. Also wir gehen davon aus, dass es hier 10 Gigabit ist, was er meint, und hier 5 Gigabit USB. Ähm, und, klar, dann kann das Gehäuse wieder noch, wenn das vorne ist, äh, ein Problem sein, was ist das da für ein, für ein Hub, der dann intern aufs, auf den Hader gesteckt wird. Äh, aber, dass ich das, alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, das muss ich jetzt wissen, als Endkonsument? Ne. Ne, eigentlich nicht. Ne. Als Endkonsument nimmt man, ähm, das Kabel, steckt das in den C an, und es muss funktionieren. Genau, sonst kaufe ich mir eine Playstation, oder eine Oculus Quest, und da braucht man nicht darüber reden, dass Facebook scheiße ist. Ja. Nein. Also ja, Facebook ist scheiße. Ja, klar, logisch, ja. Aber das interessiert keinen, das ist doch ganz klar. MRTV hat super recht mit dem, was er gesagt hat, mit dem Facebook-Zwang. Das ist echt Mist, also, wenn Facebook nicht wäre, wäre Oculus vielleicht nicht da, wo sie heute sind, aber wer weiß, was Facebook noch aus Oculus macht und kaputt macht. Aber jetzt gerade sehen wir, die G2 war so der Q2, nenne ich es jetzt mal Quest 2, Konkurrent. Ja, die haben es leider nicht geschafft, jetzt erst mal. Ja, hate es da. Und ich kann heute auch aus Deutschland, obwohl es hier nicht verkauft wird, eine Brille bestellen, die ist morgen da, aus Frankreich, aus Italien. Also, ich kriege sofort eine Quest 2. Jeder kann sie haben, es ist nicht so, dass sie nicht lieferbar wäre. Und das ist einfach peinlich, weil die Quest 2, die ist noch viel öfter im Umlauf, als die G2 es wahrscheinlich je sein wird. Warum? Sie funktioniert einfach. Sie bringt für einen günstigen Preis geile Hardware, wenn sie funktioniert. Und dann muss ich mich leider noch mit Facebook einloggen. Aber das ist dann egal, ich sehe nur den Preis. Und das muss auch ein Unternehmen wie HP wissen. Und wenn man dann so ein Problem hat, gerade mit diesem Windows Mixed Reality Zeug, was, so wie viele YouTuber jetzt bei den Reviews gesagt haben, nicht leicht einzurichten ist, mal eben so. Ja, dann muss ich damit rechnen, dass ich den, ich sage jetzt mal ganz doof, den Kampf gegen die Quest verliere. Und dann wird Facebook gewinnen. Und das ist echt traurig, dass AP leider dann hier dafür gesorgt hat, dass Facebook noch stärker wird. Man sieht ja auch bei Reddit immer mehr Posts, ob man nicht jetzt doch noch auf die Quest 2 umsteigen soll. Und das haben die sich halt selber eingebrockt. Ganz klar. Also deine kommt ja morgen, meine ist ja schon da, meine Quest 2. Ich selber brauche für meinen Kopf das Elite-Strap, das andere fand ich überhaupt nicht gut. Das normale Strap hat da meinen Ohren geschürft oben, wenn ich das richtig hinten befestigen wollte, sodass sie nicht rutscht. Und ja, aber das macht auf jeden Fall Sinn, erstmal ohne auszuprobieren und dann zu entscheiden. Und dennoch, wenn sie dann 400 kostet mit dem Elite-Strap oder sogar mit dem Akku-Strap, ähm, noch, was sind das dann, 480, glaube ich, dann habe ich trotzdem eine günstigere Brille, die mehr kann. Denn durch das V23-Update, jetzt am Wochenende, ist Links so gut geworden und ich kann Wireless spielen und Standalone. Ich kann sie überall mit hinnehmen. Das ist unfassbar. Ähm, ja, das ist echt schade. Und die Grafik, also die Visuals sind echt gut, also wirklich. Das ist auch das Erste, was ich direkt gesagt habe, als ich sie das erste Mal aufhatte. Genau. Also ich meine, wir wissen natürlich immer noch nicht, selber haben wir es nicht gesehen, so wie MRTV das ja gesehen hat, wie es im Vergleich zu G2 ist. Aber da können wir ja nichts für. Die meisten kaufen sich jetzt die Quest 2, die werden das auch nie sehen, wie die Reverb mal aussah. Das ist denen auch egal, die haben Spaß damit und alles ist gut. Die ist ja nicht schlecht, die Quest 2, nur die G2, das Display der G2 ist wahrscheinlich noch besser. Ja, weil so kann das keiner rausfinden, wenn es auch nicht ausgeliefert wird. Ja. Das ist echt schade. Und das soll, wie gesagt, auch kein Rant gegen HP sein. Wir finden es einfach echt traurig, weil das hätte was werden können und das kann auch noch was werden, das ist jetzt nicht vorbei. Aber das hat echt in vielen Köpfen, es hat wieder schon die Vorbestellung storniert, den vielen Köpfen jetzt schon so, ja, HP nie wieder. Ganz ehrlich. Verständlich. Ja, verständlich. Ich werde meine Vorbestellung nicht stornieren, aber ich werde nie wieder HP vorbestellen. Das war mir jetzt eine Lehre. Ehrlich. Das ist das dritte Headset, das ist jetzt nicht das erste. Ja, vor der G1 gab es schon mal ein Headset. Ich glaube, bei der G1 gab es ja auch Probleme, soweit ich weiß. Ja, da kam direkt eine neue Revision raus. Mura war erst übertrieben da, also dieser dreckige Bildschirmeffekt irgendwie, das ist ja, weil die Helligkeit im Panel nicht komplett gleichmäßig verteilt wird oder dargestellt werden kann und dann sieht das eben an manchen Stellen dunkler aus und dann sieht das so aus, als ob die Brille dreckig wäre oder die Linsen oder so. Und das haben sie dann ein bisschen verbessert, dann gab es auch Probleme mit den Kabeln, ach, das war, also die G1 Käufer sind irgendwie auch so hinten drüber gefallen und das ist irgendwie bei der G2, also es sieht jetzt nicht gerade besser aus, wenn ich ehrlich bin, ja. Das Schlimme, was das Ganze ja noch schlimmer macht, das HP äußert sich ja überhaupt nicht dazu. Das ist ja das Problem, was auch viele haben, was sich, aber auch viele wünschen, dass HP einfach mal schreibt, was Sache ist. Selbst die Retailer, die haben einfach keine Infos. Oder zumindest Bestway jetzt in dem Fall. Das ist ein richtig guter Punkt, den du ansprichst, weil das ist ja eigentlich das Hauptproblem. Ja. Die können ja einfach sagen, ey, wir haben es verkackt, aber wir kümmern uns und sorry, wir wissen nicht, wann eure Brüllen kommen. Und nee, die sagen einfach gar nichts und das ist die schlechteste Art der Kommunikation, sich nicht zu äußern. Und das ist jetzt sogar Bestway, man muss sagen, Bestway hat immer versucht, also das habe ich so ein bisschen beobachten können bei Reddit, also es geht viel über Reddit, muss man auch ganz ehrlich sagen. Bestway hat versucht, die Beziehung zu HP positiv zu halten, nach außen nicht darstellen zu wollen, dass sie Probleme haben in der Kommunikation. Aber jetzt haben sie den Druck, konnten sie jetzt nicht mehr standhalten. Jetzt hat dieser Tom 2.0 von Bestway dann auch gepostet, HP meldet sich nicht bei uns, wir können nichts erreichen, wir haben jetzt das eskalieren lassen. Also das ist so ein Jargon, so ein Begriff, damit da mal jemand anderes sich noch meldet von HP, aber das ist echt schade, dass man das da machen muss als Händler. Weil wir als Käufer, als Vorbesteller sind ja auch selber auf Bestway, auch wenn die gar nichts dafür können. Und da wäre es die Ursache, HP. Und das kann kein Händler auf sich sitzen lassen, sollte er auch nicht. Ja. Weil ein Bestway-Mitarbeiter ja auch geschrieben hat, dass er stündlich versucht, aus HP irgendwelche Infos rauszukriegen und es kommt einfach kein Echo, das ist... Weiß ich nicht. Ja, und wir spielen stattdessen Echo VR, ja, was ist das denn für ein Witz, ne? Die Quest sofort da, obwohl sie in Deutschland nicht verfügbar ist. Ja, ich habe die am Sonntag bestellt, die kommt morgen an, an einem Donnerstag. Genau. Und wird sogar, wie bei mir, Amazon München, Lager Amazon München geliefert, das ist auch witzig, ja. Ja, gut, ja, bleiben wir mal beim Thema USB, wobei hier glaube ich, dass das nicht unbedingt was mit der Brille zu tun haben muss, genauso wie aber auch bei dem Punkt davor. Ähm, der USB-Device-Over-Current-Status ist, wenn das Mainboard eben eine Überspannung, also quasi, dass sich, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein USB-Gerät einsteckt, ein USB-Port, dass die Kontakte sich da quasi wie den Kurzschluss auslösen. Ähm, und das entdeckt das Mainboard, aktuelle Mainboards machen das, die Netzteile sind ja auch abgesichert. Und, ähm, hier ist es wohl so, hier hat er das Headset eingesteckt, jetzt bootet der PC nicht mehr. Jetzt kann es sein, da, wo er es eingesteckt hat, dass der USB-Port schon hin war, irgendwie, wissen wir nicht, ne. Das ist jetzt der erste Beitrag, allerdings ist das schon, oh, wobei, jetzt sehe ich gerade, same as me, kundiva enter save mode. Okay, dass er mit Windows 10 das Problem mit einer neuen Situation lösen konnte, macht eigentlich keinen Sinn. Der Headset killed mein Mainboard. Also, wir wissen es nicht, ne, aber wenn das so wäre, boah. Wäre sehr krass. Das wäre sehr krass. Ja, ich hoffe, er kriegt das noch hin. Ja, und ich hoffe aber auch, dass es bei dem Fall, oder bei den Fällen, die es jetzt aktuell gibt, wirklich bleibt und das nicht häufiger in Erscheinung tritt. Die Leute können ja vielleicht nicht mehr schreien, weil die PC gar nicht mehr geht, ja. Ja, gut, das stimmt, das kann natürlich sein, die müssen sich jetzt alle neue Mainboards bestellen. Echt, ey. Ja. Unglaublich. Etwas, wo das Mainboard nichts für kann, ist der Kabelclip. Der ist nämlich bei fast allem Brüllen entweder schon in der Packung kaputt oder beim Berühren geht der kaputt. Bei manchen ist er noch heile, aber dadurch, dass sie das gelesen haben, fassen sie wahrscheinlich auch gar nicht mehr an oder haben ihn vorsichtig abgemacht und mit einem Klettband irgendwie, also durch ein Klettband ersetzt. Gut, MRTV hat schon, wir sind Patreons von MRTV und da haben wir schon Lensclip gesehen, dass er schon Ersatzclip bekommen hat von HP. Das ist auch schön, dass HP das scheinbar kann. Ich habe jetzt noch niemand anderen gesehen auf Reddit, der gesagt hat, ich habe meinen Ersatz bekommen, aber muss man auch ganz klar sagen, an die Influencer, waren denn die Influencer gut, dann ist das Produkt auch nach außen gut. Klar, also es soll jetzt nichts gegen MRTV sein, aber so ist es von Seiten HP ja eben. Muss man so sehen. Ja, hier in falschen... Dann stellt sich mir die Frage, ob das aus HP USA oder Deutschland geliefert wurde. Ich glaube, er sagte USA, ja. Ja. Genau. So, hier schreibt nämlich dieser Kaiser-Cannon, der neben Voodoo IMAX und Joanna Popper hier frettet unterwegs sind seitens HP. Did your clip break? Let us know and we will send you a replacement. Some clips from the wrong bucket got used. Some super embarrassing, ja. Super. Aus dem falschen Eimer die Clips genommen. Ja, war ja lustig irgendwie, aber lustig ist das echt nicht. Wenn das das einzige Problem gewesen wäre, wäre das lustig. Ja, wäre es nochmal was anderes gewesen, aber Probleme häufen sich ja und allein wenn wir auf unsere Liste gucken. Ja, die Liste ist gut, genau. Ja, okay, jetzt kommen wir wieder zum ernsteren Problem, nämlich, dass das Display oder was auch immer an HP Reverb G2 plötzlich kaputt geht. Sie geht nicht mehr an. Alles startet, außer, also ich sehe nichts mehr im Bild, das Bild ist weg. Bild ist schwarz. Und zwar OLED-schwarz und welches leuchtet überhaupt nicht. Ja. Ja, ist nicht so gut, würde ich mal sagen, ne? Wir haben ja ein Problem. Es gibt ja sogar auch dieses HP Reverb G2 Care Pack. Da kann ich ja vielleicht mal hier live mal drauf, das ist auch immer schön bei den, ähm, bei den E-Mails, die man vom Bestray bekommt, steht unten dann, kauf dir doch noch das Care Pack, auch wenn du keine Brille hast. Ähm, wird das hier angeboten, da, Care Pack 103,24 Euro mit 16% Mehrwertsteuer, kann ich mir kaufen. Ich habe auch schon nachgefragt, äh, man kann das innerhalb des ersten Jahres, dort ist ja, kriegt man Garantie von HP, ein Jahr lang, kann man das kaufen und aktivieren. Und dann erweitert man die Garantie auf drei Jahre. Man hat also somit statt zwei Jahre Gewährleistung, drei Jahre Garantie. Wir müssen ja in Deutschland ja unterscheiden. Viele kennen den Unterschied nicht. Zwei Jahre Gewährleistung, sechs Monate, äh, muss der Verkäufer beweisen, das ist das Problem. Äh, äh. Erst nach Kauf aufgetreten ist, kann er nicht, also hat der Käufer da, äh, immer recht. Nach den sechs Monaten theoretisch müsste ich es beweisen, dass das Problem erst, äh, es schon beim Kauf da war, so rum dann. Ähm, kann ich nicht, aber in der Regel ist eigentlich da, ja, ich will nicht sagen fast jedes, aber in der Regel sind da die meisten Unternehmen Kolant, sodass man zwei Jahre Gewährleistung hat und mehr oder weniger Schutz, wenn was kaputt ist, dass man da einen Ersatz bekommt. Garantie ist eben was anderes, das ist was ganz Freiwilliges, da hat man gar keine, gar keinerlei Rechte, außer man schließt hier einen Vertrag. In dem Fall kauft man dieses Carepack und gemäß den Bedingungen, die dabei liegen, hat man dann den Vertrag geschlossen. Ich kriege direkt am nächsten Tag ein Ersatzgerät. So, Luca, glaubst du, wenn ich jetzt eine Brille hätte, die ich ja nicht habe und ich kaufe mir jetzt das Carepack für 100 Euro, dann bin ich dann auch bei, ich habe jetzt für 584 vorbestellt, wäre dann bei, äh, bei 687 Euro, also bei, fast bei der aktuell, beim aktuellen Preis, glaubst du, ich wird dann am nächsten Tag dann, hier steht es nochmal, inklusive Austausch am nächsten Werktag, glaubst du, ich wird eine kriegen, ne, ist keine da, natürlich nicht. Die können ja nicht die doppelte Menge an Headsets vorhalten, sondern die haben ja so ein, ich sag mal, in der Regel hat man, ich sag einfach mal eine Zahl, man verkauft 1000 Headsets und da hat man 30 Headsets über, falls mal was ist, ja, da hat man ja nicht 300 Headsets, eine 30%-Quote, das ist ja Blödsinn, dann macht man ja was falsch, wie wir ja sehen, ja, und, ähm, da würde ich nichts bekommen, jetzt ist hier, das Headset von dem Typen hier kaputt, er kann nichts machen, er kann nichts machen, er kann die Brüder zurückschicken und das war's. Klar, er wartet jetzt wahrscheinlich auf HP, aber, wenn ich, wenn mir das jetzt passiert wäre, für mich wäre es das gewesen, echt. Ich hätte dann einmal gesehen, wie die G2 ist, schön, G2 kaputt, zack, Index bestellt, sofort, wie ich übrigens auch gemacht habe jetzt, weil ich sie erstens mir mal angucken möchte und zweitens, ich mir nicht sicher bin, was das hier wird und bei der, bei Steam ist ja das tolle, bei der Indexbestellung, du zahlst auch erst, wenn sie geliefert wird und das steht jetzt gerade 5 Wochen, äh, das heißt, selbst wenn dann gesagt wird, sie ist jetzt da, bezahle, kann ich immer noch sagen, ich mach das nicht, also, quasi hab ich mir den Platz in der Wartestange nur reserviert, ja, aber hier, das ist echt, das geht gar nicht, kann ein einzelner Post sein, kann, also ist es ja nicht, wir haben das ja öfter auf Reddit gelesen, ne, Oder zumindest ähnliche Sachen auch. Oder ähnliche, genau, oder, äh, ähm, es gibt auch das Problem, dass, äh, im Panel Punkte zu sehen sind oder weiße Linien oder sowas, manchmal geht das auch weg, manchmal kommt's wieder, aber das stimmt einfach irgendwas nicht, das darf ja nicht sein. Es wurden doch erst, keine Ahnung, 150, 200 Headshots ausgeliefert und davon sind jetzt schon 30% irgendwie, Mist, was ist das denn? Ja, das kann nicht sein eigentlich. Genau. Schlimmerer Launch als Nvidia. Ja, genau. Man muss sagen, Nvidia ist immerhin, wenn du eine Karte bekommen hast bei dem Paper Launch, äh, scheint nicht zu sein, so, ne, Ich hab ja Auto 3080. Du hast Auto 3080. Funktioniert ohne Probleme bei mir. Aber es gab sie eben nicht. Also Nvidia hat's sogar schon besser gemacht, ne? Ja. 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 Aber das ist echt Mist. Also, es tut mir echt leid für die Leute, die waren so gehypt, haben sich gefreut, das Gerät ist gekommen und jetzt ist das kaputt. Da wird kein Austauschgerät, auch nicht innerhalb einer Woche kommen. Die Geräte sind nicht da. Und da können wir so ein bisschen jetzt schon mal auf das Thema hier des Videos zurückkommen, warum gibt es die Brille nicht in Europa? Und das ist die Antwort, weil wenn sie jetzt in Europa ausrollen würden, dann würde genau die gleiche Fehlerrate auftreten und dann wäre das Ganze vorbei. Ja. Ist einfach so. Ja. Wir würden uns nur einfach wünschen, HP, sag doch was. Ist doch okay. Nein, nein, ist es nicht. Aber dann wird man... Besser als zu schweigen. Genau. Wir sind noch erwachsen. Wir können auch einfach sagen, okay, verkackt. Passiert. In jeder Firma. Das sind nämlich alles nur Menschen. Egal, wie groß der Konzern ist. Deswegen. Ich habe das vorhin so schön erzählt, Konzern, hier und da. Das sind aber alles genau nur Menschen. Es funktioniert nie irgendwas. Ist einfach so. Und durch das Internet ist das alles nur viel transparenter geworden. Hier schreibt nämlich jeder direkt, sobald er was sieht oder hat ein Foto, ein Video, postet er oder zitiert jemanden, wenn er irgendwas gehört hat. Das geht direkt durchs Netz. Oh ja. Ja. Da hast du vielleicht mal in deiner Stadt mal jemanden getroffen, der das auch irgendwie ein Problem im Auto oder so hatte. Aber die großen Probleme sind höchstens durch so Magazine oder Fernsehsendungen aufgetreten, die aber teilweise ja auch alle, genauso wie manche YouTuber, will ich jetzt gar keinen nennen. Ich meine einfach nur, manche YouTuber Interessenkonflikte eben haben und dann gar nicht schlecht über irgendwas reden, ne? Jo. Das ist echt Mist. Ja. Traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. Was haben wir denn noch? Also das, ich hab jetzt selber schon den Eindruck, wir machen die Börde schlecht oder HP. Das soll jetzt aber gar nicht so sein. Das sind letztendlich Vermutungen, würde ich jetzt mal behaupten, warum es in Europa noch nicht gelauncht wurde. Genau. Darum geht's. Wir denken halt, dass es genau an diesem Problem liegt, dass sie einfach Probleme haben und die es deswegen nicht in Europa launchen wollen. Genau. Und wir haben halt auch, Reddit zeigt ja natürlich auch, dass es diese Probleme noch gibt. Basiert ja auch alles irgendwie nicht auf Märchen, die wir jetzt hier verbreiten, sondern es gibt diese Reddit-Posts, es gibt die Leute, die diese Probleme haben. Wir haben die Liste hauptsächlich aus Reddit auch rausgeschrieben. Wir haben die ganzen Probleme zusammengesucht. Genau, das ist jetzt auch nicht irgendeine Vermutung. Wir wollten auch extra hier im Background das zeigen. Da könnt ihr selber nachlesen mit dem Link oben. Das ist echt, so echt, wie es eben echt sein kann, aber es ist jetzt nicht von uns ausgedacht. Höchstens theoretisch von den Leuten auf Reddit ausgedacht, was ich aber gar nicht glaube. Das ist alles so, wie die sagen. Dafür war die Vorfreude zu groß und die Enttäuschung auch zu groß. Bis jetzt. Genau. Ja. Was gibt es noch? Ja, etwas, was jetzt wohl, das muss ich sagen, hat irgendwie noch keiner angesprochen. Das ist mir aufgefallen. Da bin ich super empfindlich für sowas. Und zwar habe ich das Ask Me Anything von METV gesehen und er hat dann die Brille in der Hand gehabt und so. Und da ist ja auch sein Mikrofon, so ähnlich wie bei mir jetzt, ein bisschen weiter rechts hat er das jetzt stehen. Und dann fasst er die an und ich denke die ganze Zeit, der hat so einen Fischerpreis-Spielzeug in der Hand aus Plastik. Und das knarzt die ganze Zeit. Jetzt so übertrieben. Aber das habe ich noch nie wahrgenommen, weil egal welcher Live-Sendung von welchem Headset, dass da irgendwie ein Geräusch ist. Und ich hatte auch noch kein Headset. Auch persönlich nicht. Genau. Ich hatte kein Headset in der Hand, was so ein Geräusch macht. Also auch das Elite-Strap, der Quest beispielsweise, was ich aktuell hier habe, das ist jetzt neben der PSVR die einzige Brille, die ich aktuell hier habe. Alles super. Ich habe aber Gott sei Dank noch nicht dieses Problem, dass da irgendwas reißt an dem Strap. Keine Ahnung. Ja, und dann höre ich da die ganze Zeit so ein Knarzen. Ja, und dann habe ich ihn einfach mal gefragt. Dafür ist man ja Patreon auch, dass man den direkten Kontakt hat. Und da er ja nun mal die Brille hat, kann man ihn da direkt fragen. So habe ich hier gefragt. Die Brille scheint immer noch etwas zu knarzen, wenn man sie in der Hand hält. Sie ist auch auf dem Kopf, bei Bewegung so. Kenne ich von anderen Headset eigentlich nicht. Dann sagt er, es ist nur, wenn man das hoch oder runter klappt, das Kopfband während des Tragens nicht. Ich hoffe, das ist so. Denn gerade bei der Reverb G2 ist es ja eben so, dass man, die Kopfhörer ja, die schweben ja über dem Ohr. Ja, das heißt, ich höre alles in der Umgebung. Kommen wir auch gleich noch zu, was man da noch so hört. Ja. Aber wenn das Headset dann knarzt, wenn ich mich irgendwie bewege oder was. Ich meine, so macht man ja nicht. Aber trotzdem, ne? Das ist, das geht nicht. Nicht für den Preis. Gut nicht, ne. Ne. Ich hoffe nicht, dass das so ist, dass es knarzt. Vielleicht ist es ja was Positives, dass die Leute noch nicht so viel darüber berichtet haben, weil es halt letztendlich nicht so schlimm ist. Hoffe ich zumindest. Weil sonst hätten ja mehr Leute auch darüber geschrieben. Du hast recht. Wenn es wirklich stören würde. Du hast recht, genau. Da gehe ich auch davon aus, dass es halt nicht stört. Aber man soll es ja trotzdem angesprochen haben. Und es knarzt ja auch. Es ist ja zumindest in dem MRTV-Livestream auch aufgefallen. Und der hat es ja auch selber bestätigt. Ja. Aber wenn es letztendlich nicht stört, okay. Aber es knarzt trotzdem. Das kann man ja trotzdem einfach mal festhalten. Ja. Okay. Ja, dann. Was haben wir als nächstes von unserer Liste? Die, das haben der. Also hätten wir auch noch ein Display, passt nicht für kleinere Köpfe. Oder auch kleinere Köpfe. Da hat der Flight Sim Guy. Hier ein cooles Ask Me Anything gemacht. Er ist sehr sympathisch. Der filmt einfach drauf los. Mit dem, was er hat. Alles cool. Super netter Typ. Und da hat er seine Freundin hier in dem Livestream. So, ich halte das hier nämlich mal an. In dem Livestream gebeten, die aufzusetzen. Und hier sieht man. Ja, sieht man nicht, weil leider ist die Qualität des Videos jetzt wirklich nicht so gut. Und er stellt gerade die Brille so eng, wie es geht, ein. Und an sich, das kennt man auch von der Quest 1 oder auch von der G1, kann man ja das, äh, hier sagst du schon, wer ist das? Velcro Strap, wer ist das auf Deutsch? Klettverschluss. Klettverschluss, ja. Kann man, ähm, ja, eigentlich so weit, wie man möchte, nach hinten ziehen. Das ist ja egal, ob das hier ganz fest ist. Die Brille fällt ja da nicht runter oder so. Aber hier in dem Bereich fängt nämlich der harte Teil, nenne ich es jetzt mal, oder der dickere Teil des Kopfbands an. Und dann passt er hier nicht mehr rein, da wo das Strap reingeht. Und das heißt, selbst wenn man das weiter nach hinten ziehen wollte, hier sieht das jetzt aus, als ob das am Kopfhörer liegt, ist aber nicht so. Ähm, kann man nicht. So, und das ist so, also es wird wahrscheinlich wieder nicht viele betreffen, ist ja immer so. Es gibt Probleme, die betreffen nur ein paar, die haben Pech, ne. Wer nicht der Norm entspricht. Aber, ja, hab ich noch nie gehört irgendwo, dass eine Brille, also eher, dass jemand so einen großen Kopf hat, aber zu klein hab ich noch nie gehört. Ja, zu klein eigentlich nicht, ne. Hab ich auch noch nicht gehört. Zum Beispiel bei der Quest 2 war das, äh, äh, Quest 1, ja, wohl war jetzt kein Thema, aber da war man auch schon am Limit irgendwo, ich hab nur recht groß im Kopf, sag ich jetzt mal, und da war ich schon, musste ich ziemlich weit, ähm, ziemlich groß stellen die Brille, aber es hat trotzdem gepasst, ja, mit dem Original-Flip. Also, naja, und jetzt können wir ja mal uns das anschauen. Ja, enger geht's nicht. Ich meine, unless it works this time, I don't know, but, äh, right. Setz die Brille auf und man merkt halt, genau, hier sieht man schon, dass sie einfach zu groß ist. Man sieht richtig, dass sie nicht fest sitzt, racket da ja auch hin und her mit der Brille und... Genau, sagt sie auch gerade. Ich merke übrigens gerade, mein Mauszeiger wird gar nicht aufgezeigt, ich hatte vorhin die ganze Zeit mit der Maus an der Stelle gezeigt. Aber er sagt, sie sagt halt hier jetzt, dass dadurch, dass die Brille nicht richtig aufliegt, die Brille auf ihre Nase rutscht und das total unbequem ist. Ja, muss man nur mal wissen, das ist etwas, was wir eben jetzt rausgesucht haben. Und der Hype, der ist ja von der G2 eben auch so riesig, dass sowas direkt auffällt. Und jeder will sie haben, das sollte die beste Brille der Welt werden. Warum eigentlich? Weiß ich auch nicht, warum wir so gehypt sind. METV hat ja selber einmal gesagt, er ist der Zugführer des Hype-Trains. Du tut. Aber trotzdem, irgendwie waren wir wirklich, oder sind wir alle Hype, ne? Das ist so eine Community geworden auf Reddit. Ja, das ist krass. Das ist krass und dann taucht jedes Problem das Wort auf und man spricht darüber. Das ist dann der Nachteil von so einem Hype. Kann der Vorteil sein, wenn nicht sowas passiert, ja. Ich will nicht sagen, dass andere Hersteller nicht Probleme haben, ne? Ich sag nur, wir sagen nur, wie es jetzt hier ist und warum es keine Europa-Launch gerade gibt. Jo, das ist jetzt das Thema gewesen. Echt schade. Meine Internetverbindung macht gerade einen Abgang. Oh. Woran siehst du das? Ja, die Quali wird schlecht und dein Sound am Teamspeak ist auch ein bisschen schlechter geworden. Okay, du klingst noch gut. Für das Video sollte alles gut sein. Genau. Die Frage ist wie, ja gut, dann machen wir weiter. Jo. Ja, dann kommen wir zu einem Thema, was, ja, war klar, dass das kommt. Tracking. Also. Lass uns einfach zusammenfassen. Tracking könnte besser sein, zum Beispiel so gut wie die Quest oder Rift, also Oculus, Inside Out. Ich finde nicht, dass irgendjemand vorgegaukelt hat, dass das Tracking besser ist, als es letztlich ist. Und ich bin auch der Meinung, dass es nicht so schlecht ist, wie viele sagen. Ich glaube aber dennoch, dass es Probleme gibt und es bei einigen Leuten, je nach Umgebung, mehr Probleme als bei anderen gibt. Und da hat auch in einem wirklich guten Patreon-Clip von MRTV, wir zitieren ihn jetzt auf, weil er ist nun mal, vor allem hier in Deutschland, die Nummer eins aus unserer Sicht, was Hardware angeht, vor allem. Und er hat eben einfach gesagt, ja, HP hätte es anders machen müssen. Er hatte aus seiner Ingenieurs-Vergangenheit, er ist Ingenieur, hat er berichtet, dass man eben, und so ist es auch, wie er sagt, man gibt jemandem etwas, was man gerade den Antwerpstmann gebaut hat, wie auch immer, und sagt, hier. Benutzt das mal. Und dann merkt man, hey, was macht der denn da? Das ist doch ganz klar, dass man das anders benutzt. Nein, du bist da völlig in dem Tunnel, du checkst überhaupt nichts mehr als Firma, hier HP, sozusagen. Du brauchst unabhängige Leute, die da solche Probleme eben dann berichten. Was ja auch passiert ist durch die YouTuber, durch die Vorbestellerphase. Also, aber was das Inside-Out-Tracking eben angeht, kann man das so nicht sagen, weil das kann nicht verbessert werden, das ist so gut oder schlecht, wie es ist. Da muss man einfach sehr sensibel dem Kunden mitteilen, wie man sein Zuhause einzurichten hat, sozusagen. Ich hätte das bei der Cosmos auch, was ja noch ein viel schlechteres Tracking hat. Wenn es mittags, das war im Frühjahr, als Alex erschien es im März, dann ist das so, unser Wohnzimmer ist auf der Südseite, drei große Fenster. Da habe ich dann meinen PC aufgebaut, also war alles noch nicht so konfiguriert, war ja alles neu. Und dann hat die Sonne, ist die Sonne aufgegangen, die hat reingeschienen und auf einmal steht in der Brille zu hell. Ich gucke, ich setze die Brille ab, wie zu hell. Ist doch gut. Ja, nee, es geht darum, dass man durch dieses Inside-Out-Tracking, was nicht auf Infrarot, sondern auf diesen kleinen weißen Lichtern oder bei der Cosmos die geilen Tribals basiert, sind eigentlich coole Tribals, nur man macht es ja sogar lustig, weil es nicht funktioniert. Nur dann kann er das nicht mehr richtig unterscheiden und die Kamera, die Kamera, die fokussiert ja dann dadurch auch anders und wenn da viel ist und viel Licht ist, das funktioniert dann einfach nicht mehr gut. Aber was einfach gut war, die Brille hat mir erst gesagt, man, das Tracking war dann immer noch so schlecht, aber sie hat mir gesagt, da stimmt was nicht und das gleiche auch beim Dunkeln. Und das scheint hier nicht zu sein bei WMR. Und dann muss man ganz klar aber da was beilegen und sagen, ey, wenn irgendwas mit Tracking nicht stimmt, obwohl du meinst, du bist genau vor der Brille und da müsste es funktionieren, dann stimmt was bei dir nicht. Was dumm ist, aber da kann ich immer noch mehr mit anfangen, als dass jemand, also als wenn dann am anschließenden jemand die Brille dann zurückschicken und sagt, Tracking ist scheiße. Dann vielleicht so ein Influencer, ein großer YouTuber, die ja auch alle die Brille bekommen haben, genau, wie auch vorgekommen ist. Die YouTuber haben die Brillen ja sogar alle gratis bekommen, was auch schlau ist, HP hat vorher die Brillen geöffnet und getestet, dass sie keine kaputte bekommen. War auch witzig, die waren alle, das Siegel war überall kaputt bei den Influencern, die die Brille bekommen haben. Und dann muss man da an der Stelle einfach sagen, wie man das zu verwenden hat. Ja, nicht passiert. Und ein MTV hat recht, als Influencer dort, wenn man so große englische YouTube-Channels hat, sollte man sich mehr damit beschäftigen. Aber sie haben trotzdem auch nicht ganz Unrecht, denn das wird auch den großen Teil der anderen Nutzer eben zutreffen. Die packen die Brille aus. So, dann sind die schon dumm, weil die einen X-75-Chipsatz haben. Idioten. Warum wussten sie das nicht? Also ich überspitze das jetzt, nicht falsch verstehen. Ja, klar. Ja, dann ist mein Mainboard vielleicht sogar kaputt dann, weil ich die G2 angesteckt habe. Ich gehe jetzt gerade die Liste kaputt. Dann reiße ich das Kabel raus, weil der Clip, während ich mich gerade drehe, abreißt und das Kabel irgendwie sich zwischen meinem Bein verfängt. Also diese ganzen Probleme, dann mache ich mein Headset hoch und ich höre nur ein Knarzen und höre dann nichts mehr. Dann können auch, wo wir gleich zukommen, ruhig die Lautsprecher kaputt sein, weil ich höre dann ja eh nichts mehr durchs Knarzen. Nein, Spaß beiseite. Es ist Mist. Also, wer im Consumer-Bereich was macht, der weiß sowas. Und, äh, nein, der muss sowas wissen. Das ist mies gelaufen. Wirklich. Okay. Ja. Lass uns dann auch das Thema Tracking so lassen. Aber, dann kommen wir zum nächsten Thema, was nicht gut ist. Ach, übrigens, und MRTV hat wirklich in guten Livestreams gezeigt, dass das Tracking funktionieren kann. Er sagt selber, Oculus-Tracking ist besser. Ja, wir hören uns jetzt schon wie MRTV-Fameboss an, wir sind Patreons und so weiter. Nein, aber es ist ja nun mal derjenige gewesen, der dieses Vorserienmodell hat als erstes und der den meisten Content dazu hat. Und dann kann man sich oft halt eben auf ihn beziehen, weil wir haben die Brille nun mal nicht. Was soll ich sagen? Genau, es gibt halt sehr wenige, die die Brille haben. Und dann gibt es noch weniger Leute, die auch wirklich darüber ausführlich berichtet haben. Klar. Und, ähm, MRTV hat letztendlich diese Livestreams gemacht, wo er das Tracking getestet hat. Und da sieht man halt ganz deutlich, dass das Tracking nicht so schlecht ist, wie die Leute es behaupten, unterrichtigen Lichtverhältnissen. Ja. Jo. Aber wir gehen direkt mit den Controllern voran. Ja, also, das ist auch so, da wäre ich super sensibel gewesen, wenn ich da arbeiten würde. Ja. Ich hätte dieses Knarzen gehört, ich hätte aber auch das hier gehört. Vibration Noise. Ey. Das hast du bei jedem Review gehört, oder auch bei jedem Livestream von MRTV. Äh, das hört sich an wie so ein HTC Wildfire. Das ist einer der ersten Android-Smartphones, was gerade auf dem Tisch liegt und vibriert und dabei runterfällt. Wenn du es in der Tasche hast, spürst du die Vibration, aber nicht, du hörst sie nur. Also, man kann den Klingelton auch weglassen. Die Vibration ist so laut und das ist auch nicht, das werden die nicht fixen können. Man kann die Signale ein bisschen ändern, aber ich bin der Meinung, dass das so billige Motoren da drin sind und das, oder so verbaut ist, dass das nicht anders klingen kann, dass das, das war's. Das wird für immer so klingen. Da braucht jetzt keiner auf ein Software-Update, glaube ich, hoffen. Und vor allem nicht bald. Die haben noch ganz andere Probleme, wie wir gerade aufgezählt haben. Ja, noch viel drastischere. Genau. Da wird nichts kommen. Also, wer die Controller nicht mag und das einem stört, mich stört das, für den ist die Brille mit Inside-Out-Tracking gelaufen. Ja. Echt nass. Natürlich kann man jetzt noch irgendwie Alternativen mit den Lighthouses und so, aber das ist, bringt jetzt auch den Rahmen. Würde ich mal behaupten. Ja, ich hatte das nämlich vor, richtig, was du sagst. Ich habe mir das Lighthouse-Equipment dazugekauft mit den Vive-Dongles, also den Vive-Tracker-Dongles und, weil ich wusste, das Tracking wird nicht so gut sein, ich wollte mir damals einen Index kaufen, dann kam der Reverb und dann dachte ich mir, ey cool, geilste Visuals mit dem geilsten Tracking kombiniert, das war eigentlich mein Plan. Deswegen ist jetzt der Schritt zur Index auch nicht mehr so groß, weil es jetzt der gleiche Preis für die Brille selber ist, ne? Ja. Ähm. Ja. Ne. Ist einfach Mist, also billig. Und das kann man so ein bisschen kombinieren mit dem Thema Tracking, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Weil wenn das Tracking jetzt schon nicht so perfekt ist und dann die Controller dann aber auch noch so klingen und das ist ja dann der dritte Punkt, Haptik. Ja, fühlen. Der dritte Sinn, den wir hier ansprechen, VR. Habe ich im Beat Saber, bitte? Ne, ne, sorry. Alles gut. Äh, wenn ich im Beat Saber zocke, dann spüre ich, wenn ich die, meine, meine, hier, den Saber durch den Block schwinge oder, äh, in, äh, Phantom VR, wie heißt das? Black Ops oder was? Weiß es gerade nicht genau. Ähm, wenn ich da mit, mit meinem Kano das Paddel ins Wasser tue, dann spüre ich das immer. Natürlich ist das nicht echt, aber es ist nicht störend, es ist ein schönes Gefühl, ich merke, da ist was. Und dann jetzt hier. Macht viel aus. Das macht viel aus. Ja. Also, ich bin auch kein iPhone-Fanboy, aber die Taptic Engine beim, beim Apple-Handy, boah, also die Vibration, das ist wie jetzt, wenn du so ein Getriebe in deinem Handy hast. Wenn du zum Beispiel durch den Wecker scrollst, dieses Gefühl, wenn der dann vibriert, äh, also sowas bräuchte man eigentlich in einem Controller. Vielleicht ist es ja jetzt auch bei dem PS5 DualSense Controller so, ich weiß es nicht. Naja. Ja, was haben wir jetzt? Könntest du das nächste Thema auch noch mit dem Controller wieder verbinden? Ganz genau. Controller-Binding-Probleme. Das war ein großer Kritikpunkt bei der Cosmos, ähm, weil die Spieler haben ausgelesen, HTC-Brille, also Vive Ones. Also funktioniert überhaupt nichts. Weil die Controller der Cosmos, die fand ich zum Beispiel eigentlich super. Ich hab große Hände, die haben gut gepasst. Die haben, die waren schwer, die haben sich nach was angefühlt. Und die hatten, ich finde, tolle Erreichbarkeit. Ich fand die toll. Aber sie haben fast nie in dem Spiel funktioniert. Und die Leute schreiben dann immer da drunter, ja, du musst einfach nur die Bindings ändern. Und dann, nee, das stimmt nicht. Erstens will ich das nicht ändern. Zweitens. Ja, da kommen wir wieder zu dem Punkt, als Endconsumer, genau, sollte sowas gar nicht machen müssen. Richtig. Und zweitens stelle ich aber auch immer wieder, oder habe ich immer wieder festgestellt, das geht nicht immer. Ich habe im Steam ein anderes Layout hinterlegt, es geht trotzdem nicht. Das liegt also auch im Game. Das heißt, ich habe einfach mal die Spiele, die ich jetzt nicht spielen kann damit. Was nicht schlimm ist, weil ich habe sie ja nicht. Und du auch nicht. Aber es gibt ja trotzdem Leute, die sie haben. Ja. Also ich meine, das wäre jetzt zum Beispiel cool, wenn Valve hergehen würde und das irgendwie schafft, dass einfach jetzt, egal ob Oculus oder HP Reverb G2 Controller oder auch die Valve Cosmos Controller, wenn die einfach alle das Oculus Layout automatisch, also wenn ihr erkennt, das ist eine Oculus Brille sozusagen. Das wäre cool. Klar, das müsste eigentlich von Developer Seite kommen, aber vielleicht kann Valve da irgendwas machen. Da müsste aber HP, die ja zusammen mit Valve, ja die Linsen der Reverb G2 entwickelt haben, ja eigentlich mit denen reden. Und das ausmachen. Wie wird es am Ende sein? Wird nicht so sein. Würde ich nicht. Das ist einfach so. Wobei ich mir eigentlich vorstellen kann, ich meine, wir kennen nicht die ganze Wahrheit, aber wenn wir alle diese Punkte durchreden, das haben wir in zwei Stunden gemacht quasi, in einem Meeting dort, das kann doch jemand machen und dann kann man Aufgaben verteilen, du kümmerst dich darum, du kümmerst dich darum. Ja. Theorie, Praxis. Ja. Okay. Nächstes Thema. Nächstes Thema. Aber wir können schon mal spoilern, das ist das drittletzte Thema. Also wir, es hört dann irgendwann auch auf mit den Gründen, warum es vielleicht kein Europa-Launch gibt. Und zwar Audio-Issues. Ja, hier war ein Australiener, war nicht glücklich, sondern hatte Glück und hat die Böhle bekommen. Und dann hat er aber gemerkt, dass nicht beide Seiten der Controller funktionieren. Dann hat er auch noch etwas dazu gesagt, man sollte die Schraube lösen und diese Pogo-Pins nochmal, also nochmal, man kann ja die Kopfhörer abnehmen, einmal abnehmen, dran, damit die Pogo-Pins wieder den Kontakt haben. Ein paar haben berichtet, nach Neuschal ging es auf einmal, war das Problem weg, das heißt wieder Software-Issue. Dann haben manche gesagt, es geht überhaupt nicht auf einer Seite. Die haben dann auch schon einen Ersatz bekommen, habe ich sogar gesehen, was ich gut finde. Und dann gibt es auch Leute, die haben das irgendwie so gar nicht rausgefunden, warum das so ist. Und da war jetzt das Witzige, da habe ich gestern reddet, ich bin ja jeden Tag reddet, im G2. So wie jeder, der die G2 erwartet. Genau. Und also, gestern lese ich, hier sagt einer, mein Bildschirm wird schwarz, wenn meine Lautstärke über 97% ist. Das ist dann auch immer, wenn man jetzt so an IT-Helpdesk denkt, irgendwo im Unternehmen, da ruft einer an und sagt, mein Drucker geht nicht. Und ja, warum nicht? Ja, ich habe alles probiert. Dann gehst du dahin und dann hat er kein Papier eingelegt oder so. Ja, sowas. Und hier denkt man ja auch, wenn einer sagt, ja, wenn ich das Licht in dem übernächsten Raum ausschalte, dann ist das Programm schneller an meinem Rechner. Ja, Zufall. Aber er sagt dir wirklich, er kann es nachstellen, wenn er über 97% die Lautstärke einstellt, dass er keine schwarzen Bilder aus, also dass die Brille nicht schwarz wird zwischendurch. Was ist das? Ist das ein Powerproblem? Oder ist der Bass dann so hoch, dass irgendwas im Headset irgendein Buckling hat oder was? Ah, das ist schon komisch. Also das ist wirklich richtig komisch. Genau. Übrigens, hier sagt er, er hat auch ein X75. Selber schuld. Aber er hatte Gott sei Dank noch eine PCI-Express-USB-Karte. Übrigens, das habe ich auch gelesen, viele kaufen sich einfach eine. Klar, sie haben die Brille, wollen die nutzen. Ey, das geht gar nicht. Jetzt nochmal für 30 oder plus Euro nochmal eine PCI-Express-Karte zu kaufen, weil die 10 USB-Ports an meinem Mainboard nicht gehen damit. Ja, das war ja bei mir ähnlich, letztendlich, mit der Rift S. Ja, du hast dann, genau. Also ich habe das ja, die Systemanforderungen habe ich ja letztendlich eigentlich erfüllt gehabt. Und jetzt, das hat ja trotzdem nicht funktioniert. Und dann war halt die Frage, ob ich mir jetzt auch noch eine zusätzliche PCI-USB-Karte einbaue oder ob ich mir jetzt meinen Rechner aufrüste. Und letztendlich ist es zweiteres geworden. Du hast dich für einen günstigeren Weg entschieden, den Restrechner für hunderte von Euro zu rissen. Gut, aber das letztendlich, jetzt mit der Quest 2 und dem Link-Update und alles, hat sich das ja trotzdem gelohnt. Ach hallo, das war ja nur ein Witz. Natürlich hat es dir das gelohnt. Aber wie, ich habe USB und kann es nicht benutzen. Ja, klar, in dem Moment fühlt man sich halt verarscht. Das ist wirklich so. Kann ich absolut nachvollziehen, dass man da irgendwie ein bisschen angepisst ist. Man freut sich auf die Brille. Ich hatte ja sowieso Probleme, überhaupt erst mal eine zu kriegen. Genau, da war der Versand ein bisschen problematisch. Genau. Aber als sie dann irgendwann gekommen ist, konnte ich sie nicht anschließen. Es ging nicht, wurde nicht erkannt. Und letztendlich musste ich dann meinen Rechner aufrüsten. So gesehen fühlen sich genau die Leute, die das gerade haben, auch. Sie haben lange gewartet, dann kamen sie endlich und dann ging es nicht. Ja. Nur, jetzt spreche ich mir von Leuten, die Top-Notch-Chipsatz hier benutzen. Das ist das Schlimme daran. Ja, die können da nichts mehr auffusten. Die können jetzt ein Downgrade machen. Zu Intel 14 Nanometer plus, 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 plus. Ich habe übrigens Z68, ich glaube, oder Z68. Das war der Chipsatz, ne? Kann ich gar nicht sagen. So weit zurück habe ich keine Erinnerung. Naja, auf jeden Fall echt krass, was hier so manchmal steht. Man weiß nicht immer, ob es stimmt, aber warum sollt ihr jetzt Blödsinn erzählen? Keine Ahnung. Ja. Ja. Dann kommen wir zum letzten Punkt, oder? Genau, den vorletzten Punkt hatten wir gerade vorweggenommen. Das war nämlich auch nochmal das mit der Brille und den 97%. Richtig. Ja, jetzt haben wir etwas, das ist einfach ärgerlich. Also, ich mache doch bei jeder Funktion, eigentlich erwarte ich, dass dann Funktionstest gemacht wird. Kann man leicht fixen, aber... Muss nicht sein. Wir hören einfach direkt mal rein, ohne zu spoilern, was es ist. Ja. Okay, so, it's again this microphone here now. Und zwar... If I can now... Okay, okay, this is good. I can now... Wo macht er hier? So, ich hatte hier ein bisschen die falsche Stelle. Hier geht es nämlich um Mikrofontest. Okay, so, I hope it works. Wait a moment, give me a moment. Ist auch toll, dass er das live gemacht hat. Super live. Ja. And let me check if I can now... Das haben wir auch beide gesehen, wa? If I can now... Okay, okay, this is good. I can now... I'm now going to switch the microphone to this microphone here. And you have to tell me... Wait a moment. Ah, ah, ah. Okay, so, I'm going to put this microphone away now. And I'm going to change it now to the other microphone. Okay. Okay, now. Now I am on the microphone of the HP Reverb G2. This is live. This is a live stream. And this is now the microphone of the HP Reverb G2. Ich habe es leider nicht gehört, aber ich habe es ja schon mal gehört. Genau, das ist jetzt... Wir sind nicht am gleichen Ort. Wir bezeichnen das hier aber durch so ein paar Tricks. Was heißt Tricks? Ein paar Features hier zusammen auf, auf jeden Fall. Das hört sich an wie die HTC Vive. Total viele Popsounds, viel zu laut, alles Mist. Und woran liegt es? Einfach nur der Gain zu hoch eingestellt von Haus aus. Weil... Ich mache jetzt hier mal weiter. Weil nämlich auch das, was uns im Stream direkt aufgefallen ist, ist einfach viel zu übersteuert. Okay, check one, two, three. Let me put down the Gain a bit here. So, hier kann man nämlich sehen, wenn er weiter vom Headset weg ist, also der es nicht direkt da auf der Nase sitzen hat und den Mund direkt hier drunter, hier sind ja die Mikrofone. Ach, man sieht meine Maus wieder nicht, ich zeige es da wieder drauf. Also weiter weg ist, somit ja der Input leiser ist. Quasi, wahrscheinlich ist der so, wie wenn ich einen Laptop auf dem Tisch hätte. HP, Laptophersteller. Wahrscheinlich gleich Mikrofone. Wenn ich einen Laptop auf dem Tisch habe und die Entfernung habe, dann ist der Gain super. Aber hier ist man ja voll nah dran. Wenn ich so an den Laptop gehen würde, würde es auch nicht gehen. Also hier nicht einmal getestet, sorry. Das muss ich aber dazu sagen. Muss so sein. Das war ja auch der erste Wild Guest, den wir hatten, dass einfach Gain viel zu hoch ist. Und so war es letztendlich auch. Ich glaube, ich habe es sogar gesagt, ich bin da gar nicht drauf gekommen. Ich dachte einfach, das ist Mist. Und hier testet er das jetzt. Okay. One, two. Okay, put the headset on. Ah, hat er ein bisschen falsch. Okay, put the headset on. Okay. Okay, so this is now how it would be with the headset on. Immer noch nicht perfekt. Er hat hinterher das noch, ich glaube, mittlerweile auf 40% von 100 gestellt. 40%, ja. Da hat er es jetzt noch auf 60% oder 70%, keine Ahnung. Aber man merkt schon direkt viel besser. Also ich dachte erst nämlich Hardware-Issue, ist aber nur ein Software-Issue. Darf aber nicht sein. Da kann ich sagen. Wie du gesagt hast. Genau. Nicht getestet. Punkt. Nicht getestet, ganz einfach. Gut, dass er das hier gezeigt hat. Hier MoFanVR, auch ein deutscher VR-YouTuber. Der ist immer so ein Verfechter, ist ja ein PSVR-Fan. Und warum? Weil das alles so einfach geht. An, zack, los. Und das kann ich auch verstehen. Oder die Quest, die mag er auch. Weil das hier einfach nicht funktioniert. Ich muss meinen PC anmachen. Ich muss erst mal in eine Windows-Sound-Einstellung, die jetzt in diesem neuen Windows-C-Menü alle versteckt sind, irgendwas runterregeln. Dann habe ich das falsche Mikrofon ausgewählt. Ja, und dann muss ich mich nicht wundern, dass VR nicht massentauglich wird. Und da kann ich auch nicht sagen, scheiß auf Facebook, weil Facebook sorgt trotzdem dafür. Also ich will nicht sagen, Facebook ist toll, aber sie sorgen in VR aber dafür, dass es massentauglich wird. Ja, das kann man auch nicht abstreiten. Kann man nicht abstreiten. Genauso wie PSVR über 4 Millionen Headsets verkauft hat. PlayStation 4 ist halt auch sehr viel verbreitet. Jeder hat sie gefühlt. Ist ja wirklich so. Und jetzt kriege ich für 150 Euro ein PSVR, wenn ich schon eine Playsee habe. Ja, kann ich doch mal testen. Ist doch cool. Gut, jetzt heute echt nicht mehr zeitgemäß. Schreckt eher ab, als dass es begeistert. Aber in 2015 war das schon top. Da gab es nämlich noch nichts anderes so richtig. Ja, Luca, kommen wir langsam zum Ende dieses schon sehr langen Videos, aber das sind nun mal die Themen. So hätte eigentlich die AP-Besprechung, oder vielleicht hat sie ja so ausgesehen bei AP. Kann ja sein. Und dann hat jemand gesagt, Europa, den Container kannst du direkt canceln. Der geht nicht aufs Schiff, der geht nicht ins Flugzeug, was auch immer. Was vielleicht auch besser ist, könnte man, wenn jetzt wirklich die Probleme so häufig auftreten. Man muss gucken, was jetzt passiert in Europa, wenn die jetzt wirklich die Headsets, die jetzt kommen, wirklich keine Probleme haben. Dann wissen wir, dass es wirklich daran gelegen hat. Ja. Und ja, wenn es jetzt wirklich der Fall sein sollte, dass die Probleme trotzdem auftreten mit der Batch nach Europa, dann haben die noch einen weiteren Grund, oder nee, dann könnte man sagen, hatten die eigentlich keinen Grund, das nochmal zu verschieben. Weil dann hat sich ja nichts getan. Genau. Aber das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Und werden wir natürlich auch berichten. Ja, genau. Wir bleiben da dran. Ich weiß nicht, ob HP sich diese Woche noch meldet. Das ist echt überfällig. Also spätestens jetzt, wo die Händler auch sagen, HP informiert uns nicht. Ja. Sie müssen einfach nur was sagen. Die haben jetzt auf jeden Fall Druck ausgeübt. Ja, das finde ich auch gut. HP muss da jetzt was machen. Definitiv. Und zwar kommunizieren. Man hat unter jedem, egal wie lange die gewartet haben mit einer Info, unter jedem Video, die haben Awards, bekommt man den Post. Unter jedem Video, unter jedem Reddit-Post stand dann, ja, danke, ist ja nicht schlimm, jetzt habt ihr uns das ja endlich gesagt. Aber jeder Tag danach ging wieder, da ging das Gleiche los. Jeder Tag in Stille sozusagen. Genau, das muss jetzt kommen. Und dann haben wir vielleicht dieses Jahr auch noch die G2 haben können. Dann eigentlich, was wir schon Anfang November, als einer der ersten in Deutschland machen wollten, mit diesem neuen Channel, New VR-Tech, Luca und Marco, hier nämlich darüber berichten. Aber gut, wir werden es trotzdem nachholen. Auf jeden Fall. Und uns dann damit beschäftigen. Ja, jetzt machen wir erstmal was mit der Quest 2. Genau. Das wollten wir eigentlich nicht. Jetzt haben wir sie doch. Und das ist ein cooles Headset. So ist es. Ich freue mich auch schon auf die Sachen, die auf diesem Kanal passieren werden. Ja, genau. Wir haben nichts fest geplant. Wir wollen einfach spontan mal ein bisschen was schauen, wie wir was machen. Ja, vielleicht auch einfach mal Dinge, die nicht jeder macht eben, sondern so ein paar Nischen. Applikationen oder was. Ja, irgendwie. Ich habe zum Beispiel jetzt vor, nachher, weil ich die Quest 2 ja schon habe, mal auszuprobieren, die Quest 2 via Ethernet anzuschließen. Die hat ja WiFi integriert. Man kann aber, und das ist jetzt die Frage, das ging auf jeden Fall vor Version 23 noch. Ich habe jetzt leider im Nachhinein erst gelesen, seit Version 23 scheint es nicht mehr zu gehen. Das werde ich ja dann sehen. Die Quest 2 per LAN mit einem Adapter verbinden und dann über Virtual Desktop quasi in 100 Meter Entfernung zum Rechner, mehr oder weniger, PC VR-Spiele spielen. Klar, man ist ja nicht mehr Wireless und klar, man könnte auch sich ein Access Point in 100 Meter Entfernung ans LAN-Kabel anschließen und Wireless dann spielen, aber kostenneutral ist es doch schon sehr. Ich habe einmal Virtual Desktop, was ich eh brauche, für 20 Euro und für 8 Euro so ein Ethernet-Adapter, USB-C auf Ethernet. Ja. Ist echt einfach nochmal zusätzlich eine Möglichkeit, diese Brille zu benutzen, zu der Vielseitigkeit, die sie schon hat. Genau, sowas wollen wir einfach bringen hier, wir beide zusammen, Gameplays, Reviews und vieles mehr, so wie wir es im Hintergrund sehen. Ja. Dann würde ich sagen, wir hoffen, dass jeder seine Brille bald bekommt. Ja. Und dass AP einfach aus den Fehlern lernt und sich jetzt meldet. Nochmal, es sollte kein Hate sein gegen niemanden, es sollte einfach eine Diskussion darüber sein, warum die Brille in Europa wahrscheinlich noch nicht gelauncht ist und gleichzeitig aber auch, dass die Qualität hier und da wirklich zu wünschen übrig lässt. Okay, danke fürs Zusehen. War ein sehr langes erstes Video. Ja, so ist es, das stimmt. Eigentlich nicht so bevorzugt, aber wir wollen ja nicht der Standard sein. Richtig. Genau. Danke fürs Zusehen. Abonniert uns gerne, um auf dem Live laufenden zu bleiben, was zumindest jetzt gerade die Reverb angeht, da sind wir auf jeden Fall dran und dann schauen wir einfach, was wir hier alles noch bringen, zusammen. Danke. Ganz genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.